Yeah! Rockstar werden war mein größter Traum. Kohle, Mädels, ihr versteht schon die ganze Show. Und dann kurz davor... Was soll denn jetzt da Schlimmes passieren? Ich fang am besten mal vorne an. Wenn Inge Angst hat, dann singt ihre Namen und braucht ihr den Verstand. Wenn Inge... Jetzt nochmal, dass es selbst für eine lernbehinderte Amöbe verständlich ist. Ihr werdet dieses Lied nicht mehr spielen. Welches Lied? Komm, Inge! Wollt ihr euch anbieten, als Support zu spielen für Massen? Oh, das scheint ja jetzt nicht mehr zu gehen. Fuck. Jetzt müssen wir uns neuen Gitarristen suchen. Frag Inge. Inge! Ist furchtbar. Es gibt keine andere Lösung. Ich bin dabei. Vorausgesetzt natürlich, ihr erfüllt meine Bedingungen. Wir dürfen, wenn Inge tanzt, nicht mehr spielen. Das ist euer Alleinstellungsmerkrad. Was? Wenn wir erstmal auf Inges Bedingungen eingehen? Weil wir haben nichts zu verlieren. Jetzt fängt das schöne früher an. Ich hatte sogar Eindruck bezahlt. Das war gut. Fuck you, man! Das ist Puba-Sex. Da brennt der Nüsse. Ich hab gar keins an. Das ist Massen. Hau rein! Ich! Ich! Du musst unbedingt mit ihr reden, damit wir morgen noch wie ein Inge-Tanz proben können. Hast du versprochen, dass ihr morgen wie ein Inge-Tanz spielt? Hast du wirklich gedacht, ich bin dumm genug, das mitzumachen? Scheiße! Scheiße! Es kommt immer irgendwann der Punkt, wo man sich entscheiden muss. Willst du einen Hit, auch wenn du damit jemanden verletzt, den du wirklich liebst? Wir stehen wieder mit dem Inge-Tanz! Mann! Komm, Inge!